Jo, dann mal hallo und herzlich willkommen. Ähm, ja, ich bin mal wieder auf dem Gleis, um mal einen Freund zu besuchen. Und zwar den Dej. Ich hielt mich hier gerade auf dem Server und meinte, ich müsste mir mal unbedingt seine neue Barhose besichtigen. Das werden wir jetzt gleich mal tun. Ich hoffe, ich habe OBS erlaufen. Ich muss ja eh noch ein paar Videos machen. Meine Vorrede gehen aus. So, um den Ball gucken, ja, ein Raufelmatten ist einfach so. So. Ich hab's mir ab. Ähm, ab, sieh mal abbauen. Na, so. Wo ist jetzt hin? Jo, als Ländchen sind wir da schon. Ich hab mich hierhin schon. Ich hab's hierhin schon. Ah, hier hat er so ein Haus gebaut. Ah, hier war ich schon mal, ne? Wir hatten hier schon mal eine kleine Ruhm-Tour gemacht, so, ne? Ich hab's illegal, war ja gar nicht. Aber es sieht schon ganz nett aus, ne? Wenn man so guckt. Fehlen gebaut. Was steht da? Villa Kunta Buntetich. Aha, mhm. Hm, ich bin nicht neugierig. Nein. Warte jetzt so. Ist das hier unerwarteter Besuch hier reinkommt? Hier ist aber keiner. Tut tut tut. Oder noch was? Wie geht's hier hoch? Ah, hier ist sehr hoch. Aber ich soll sonst nix. Aber schon, schön, die Schöne. Wo ist denn das Schlafplatz? Hm, hm. Oh, Dunkelbett. Ich hab kein Bett mit, Kindor. Ah, ich hab kein Bett mit, ne? Ich hab nichts da, um ein Bett zu bauen, ne? Nein, mir fehlt was. Hm. Fehlen so einige Sachen. Oh, ich hab nichts da, um ein Bett zu bauen, 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 um ein Bett zu Aber sehr dunkel, ich muss ein Bett aufsuchen. Oh, ich war nicht vorbei. Oh, ich bin spaßig, ich bin spaßig, ich bin spaßig. Hm, ja. Schöne Bärosa. Schöne Bärosa. Das ist ein Bett. Blö. Da hinten ist jemand. Ups. Oh. 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 mit bräuchten wir für dich und schon die kippen vor der tür ja Nö, nicht? Warum denn nicht? Ich habe noch Aufgaben. Was können wir denn dahin? Was reinbraten werfen zum Wurzeln, hm? Kartoffeln. Schmeiß noch ein paar Kartoffeln rein. Oh Gott, große Ofenkartoffeln. Lecker Ofenkartoffeln. Was könnte dann auf die Sandfläche da? Hm. Jetzt sag ich mal. Ein Monsterpack wäre gut. Monsterpack. Monsterpack. Da sind schon ein paar Freiwillige. Exemplare. Exemplare? Bestimmt falsch. Exemplare. Hm. Huch. Huch. Oh, scheiße. Huch. Was war da? Äh. Safari Park. Ja. Genau. Du machst noch mit. Hm. Das wird schön. Das wird schön. Das wird schön. Das wird schön. Huch. Ich habe leider keine Wolle mit. Ich kann nicht bauen. Hm. Das ist ein Bett. Das wird soetaan. Wasctions. Was ist damit? Da storing wird das Text aufhörter ausreichendt fetge. Da sind sie jetzt. andere mann hallo 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 er muss nicht sehen das schützt uns deinem als eigentlich ändern wenn ich bin aber andere mann natürlich lustiger das hat er böse gemacht muss er denn jetzt oder das ist auch so böse gemein doch lieb gemein der war doch lieb ich vermisse ich jetzt schon ein bisschen oder so liebgeguckt hier ist er weg so ja ich weiß nicht was soll ich jetzt hier machen ich bin hier so ein bisschen überflüssig fühle ich mich hier so ein bisschen bin ratlos wobei ratlos ratlos oder rat das ist nur ein bett müssen die nacht abwarten hm was machen wir denn da ist ein goldener apfel schon wieder in meine tasche gekommen hier ist mein goldener apfel in meine tasche gekommen so ein goldener apfel könnte ich essen ich wollte so ein bisschen abdrehen so immer wieder aus ich bin ja nicht ein kampfiger so das war so was jetzt richtig glück super super regnet was habe ich hinterher regnet es ist auch noch wo bist du gerade arbeiten und wasser hoch ok uns einen feinen kopf stecken hoffentlich nicht sieht unglaublich schön aus aber ich schick gebaut dafür dass das hier mal was das hier mal ein bilder großer erdbeck war also herr formig herr formig hoch bauhilfe war zu viele hier aber hier los hier um weg ist ok haben wir das haben wir noch punkte gemacht und eigentlich den goldapfel Ich nehme mir ein Hasenfoto wieder in die Hand. So, die kann ich essen. Ich kann das essen. Ein See würde sie gut machen. Ich habe mir auch gerade gedacht, ein kleiner Strandbereich oder so. Das würde passen. Kann man machen. Ja, schön. Ein Kesselchen von den Bergen. Oder Hügel. Und da geht ein schöner See hin. Das wäre natürlich schwer, zu befüllen mit Wasser. Keine leichte Aufgabe. Wo ich hier gerade herausströme. Bewegen habe ich Post. Das ist ja mal ein Shader. Ja, sieht gut aus. Ich habe mir gerade seinen Shader geschickt. Bei mir ein bisschen militär aus. Also bei mir ist das ziemlich einfach aus. Also bei mir ist nicht viel. Ich musste vielleicht noch so einige Sachen einstellen. Dass es vielleicht besser auskommt. Ich kenne mich mit Optifine überhaupt nicht aus. Entschuldigung, dass ich so ins Mikrofon gehe, ne? Aber ich bin halt ein bisschen müde. Ich muss hier oben irgendwie was zu holen. Was mir gefällt. Huch. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? So. Ich will es hier tiefer machen. Werfen wir eine Runde weiter, ne? Ups. Hm. Willst du da haben? Tiefer? Äh, schauen wir mal. Das habe ich gesehen. Okay. Nice. Tiefer. 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 Sonst runterziehen und Strom. Strom. Was? Strömung. Verstehe ich nicht. Was macht er jetzt? Ich weiß nicht, was er jetzt will. Hier ist noch kein System da drin unbedingt. da geht. Haha, tiefer. Haha, später. Ach so. Also eine Schicht. tragen also eine schichter heute aber es war eben hier ein bisschen haben wir noch gebrauchen für dahin auch noch aha er macht das jetzt aber einmal 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 habe ich auch mitmachen oder nur ein eimer wo falsch abgeschöpft aber sie abschöpfen sagt so dann ist gewahrt das war eine falsche position hier muss ich entschütten klappt es die ganzen randgebiete füllen müsste sich das dann auch automatisch glätten du bist schon so was hier aus der menge in die gleich zurücklaufen fertig ich habe hier nicht abschließend okay ich gucke nur auf den fernsehen entschuldigung entschuldigung warte da spüren wir mal weg jetzt tiefer ich weiß jetzt wo im video tiefer haben will jetzt also und tiefer ja also ich weiß nicht was dann hat er bestimmt das muss davor ich weiß nicht wie er so was haben will wenn ich wieder so was haben will dann kann ich schauen wir haben bei uns da unser kleine unterwasser dürfte hier ein bisschen wenig dies so weiß er hier ist schon der versand hoch okay wieder dunkel was tut er denn da drin was ist denn hier das hätte ich gekloppt mit so einem Brille nein das glaubt ihr nicht was ist das denn hier wo ist hier ein bisschen schlecht ausgebläutet kann das sein wo sind die denn gespawnt was ist das noch warum so genügend ausgelöst oder ist hier tatsächlich das ist an der tür jemand ausgelöstet ja das merke ich bin ich an die noch mal ein stück so okay den töten wir hier meine rüstung ich habe gar keine rüstung an ach hoppla da soll ich mir die rüstung anziehen bin ich überhaupt nicht vorbereitet für sowas na gut ich habe es auch so überlebt meine rüstung geschont huch ja danke okay was ist denn hier vorzubauen aha gemein ne so schon wieder nacht okay oh der braucht hilfe we will help you ma so haben wir anlophas man ist auch wenig beleuchtung da müssen wir vielleicht noch ein bisschen was anbauen hier ein fackel vielleicht noch ein fackel hier tun und hier eine fackel hier tun ein bisschen so ein bisschen licht hier so mehr fackel kann ich nicht anbieten ich habe nämlich gar keine mehr ich habe auch gar keine kohle um das umsetzen zu können oh ein creeper oh 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 hier ist das totes ne bist du tot gegangen rein wow ui oh meine rüstung ist runter hier so oh da bist du ich habe nur gehört aber nicht gesehen die sau ja das wird ziemlich heikel in den regen kann man nichts sehen muss er denn jetzt hin das hat er saufen gerade okay so ich wollte jetzt gerne mal wieder zurück wir sind noch zu zweit eigentlich wollte ja noch der kleine teufel kommen aber der schafft es wohl nicht mehr der meldet sich gar nicht mehr ach ja hat er letztes mal ein lotto gewonnen oh wow wow das war heftig das war heftig das war wirklich sehr heftig hier äh gelben sand habe ich noch da irgendwann noch bis hin die abdecken so so böse krüger 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 touring das war nicht der krüger 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 so ja jetzt hier schon flauschig aus hier ja wir sollten schlafen dann stammen mitte und schlaf das war nicht schreiben weil gehen wir hier ich bin jetzt der hofstaat bahnhof das wird diese spinne sein hier wo noch wussten wir mussten der arsch das essen auf die schnelle nun können wir schlafen gehen hoffe ich nein es ist das glauben ich habe schon schlaff das hier oder doch nicht hier ist noch nicht fertig stopp hier nicht graben im bett kurz abk ok kurz abk ich will auch gerne im bett sein aber ich werde hier vom monster belagert von wo 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 ist das schwein ja weins mal so hier haben wir und das ist der nächste haben wir es haben wir es und da ist das skelettto da steigt das skelett um ich treffe ich auch gar nicht weil ich blind bin so so alles klar haben wir es das nächste muss ich hier nun wirklich nicht haben so nun aber schlafen jetzt sind wir noch mal morzeilen hier jetzt nicht zu glauben denn ich will jetzt nicht sein der da so das war es jetzt so sowieso wir jetzt ins bett und ins bett gute nacht alles klar und dann beendet aufnahme auch so eine kleine kurze zwischenaufnahme einmal mit den date zusammen huchte da war ja auch schlafen und ja wir sehen uns dann demnächst in kürze hoffentlich in einer anderen Szene da werde ich wahrscheinlich wieder unter Wasser statt zeigen mal gucken Ciao Euer Jokl Auf Hals Auf Hals